und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde wir müssen hier weitermachen genau und machen wir jetzt wir müssen hierbei acht irgendwie das rennen gewinnen genau das versuchen jetzt mal hinzubekommen das hier kann ich leider noch nicht benutzen den nissan hätte ich den genutzt aber aktuell ist der hier auch das stärkste und das ist das blaue wann gibt es denn das ach so das sind die marken ach so ja okay let's go ok 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 starten wir mal rein in der hoffnung dass wir mal heute dieses rennen gewinnen weil ich habe jedes mal nie geschafft es zu gewinnen irgendwie aber mal gucken ob ich jetzt gewinne das sehen wir jetzt wann auch sonst und ich habe den start schon komplett verkackt aber mein speed ist dafür sehr schnell und jetzt habe ich ja ich habe jetzt schon verkackt so let's go gas 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 ausgeben sie gas ich muss rennen gewinnen so jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber oh ja überholt scheiße scheiße ja das ist schwer das rennen zu gewinnen nee ich schaff das nicht zu gewinnen wird definitiv nix so okay ich bin dritter ach man ich schaffe es nicht das rennen zu gewinnen funktioniert nicht ja weiter man ich hasse es ich hasse es komm wir machen ich habe da auf keinen Bock Leute wir machen hier mal das hier keine ahnung was das ist Bahnlinie ja schön für die Bahnlinie ja wir haben ja nur das ein Schein zum sparen ach ich muss auf jeden Fall das Auto upgraden damit ich irgendwo mal schneller durchkomme ja 360 Grad durch keine ahnung wie ich das hinbekommen soll weil ich habe die Tasten und ich habe ja vergessen aber ja Dodge Challenger ja okay aber hier merke ich schon dass sie nicht so schnell sind und rein ja aber ich habe das eine ja jetzt nicht geschafft habe ich das trotzdem gewonnen keine Ahnung ich habe jetzt gerade keine Ahnung ob ich das jetzt gewonnen oder nicht gewonnen habe oh ja tatsächlich weiter weiter ich habe 800 gewinne das rennen doch nö nicht das fassrollen ein ich weiß nicht was ein fassrollen ist Leute wisst ihr was das sein soll ach egal let's go let's go let's go boah 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 na gegengesprungen was soll denn das so scheiße verdammt ich muss nur das rennen gewinnen komm schon jetzt gibt Gas gibt Gas gibt Gas gibt Gas Och Mann Nein nicht aufs Gras Gas Tschüss Komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber komm schon komm schon komm schon gib Gummi Komm schon, jetzt. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Gib Gummi. Und ich bin erster. Bam. Junge war das jetzt. Schwere Geburt, Alter. Schwere Geburt. Okay, weiter. So, witzig, ja. Ich will mir keine Werbung angucken. Wir kommen zu, was weiß ich, später ansehen. Ö, Wagen aktivieren, ja. Überspringen, weiter. Nein, aber wir sagen, später angucken. Drei und, ja, das kann ich ja einsammeln schon. Wattland. Ab nach Schottland. Ah, ich hab den jetzt schon, oder was? Oh, das ist ja geil. Dann nehm ich ja den hier. Und natürlich den Motor. Komplett upgraden hier. Können wir hier nochmal das upgraden. Und nochmal das. So, und jetzt bin ich arm. Oh, na. Ach, jetzt hab ich ja doch verlassen. Spielen. So, gewinne das Rennen. Ja, das sollte ich irgendwie hinkriegen. Eventuell. Boah. 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 Ey Och man, jetzt ist der Erster Ey, das ist doch zum Heulen Mann Ja, ich hab's nicht geschafft Das ist Drecksspiele, ey Vor allem, der ist auch noch mehr gedingst Ey Leute Ich raste hier Dermaßen aus, wenn wir jetzt auf den Keks gehen Auf dem Keks Komm, eine Runde mal jetzt noch Wenn ich die verkack, dann Ja Fuck hab ich halt, ne Oh ja, komm, nimm die Kurven noch schlechter So, ich muss einfach nur hier diese ganze Zeit Diese lilanen Dinger irgendwie kriegen Warum ist der denn jetzt schon wieder so schnell? Warum ist der jetzt schon wieder so schnell? Und hier ist das Boah! Boah, meine Füße. Junge. Alter, Leute. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Und außerdem auch mein Discord-Sorber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, ja, schaut auch bei meinem Discord-Sorber, äh, bei meinem Discord-Bot vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Discord. Ciao, ciao.